Wir singen. Mr. Sandman, bring me your dream, make it the cutest that I have seen. Carpenters? Carpenters? Kann das sein? Ja, ja. You are older than me or not, you must know this. Der Trainer macht es vor. Stefan Kunz schmettert bei der Pressekonferenz den Klassiker Mr. Sandman von den Kordetts. Gesangstechnisch ist die U21 ganz vorn, denn auch die Spieler haben ihr musikalisches Ritual. Die Mannschaft singt sich ins Finale und wie es sich für den Nachwuchs gehört, mit einem Kinderlied. Der Poller hat noch ein Lied angestimmt, wisst ihr ja alle. Haben wir ein bisschen gefeiert noch. Ja, ganz ausgelassen, aber war lustig. Das ist die Vogelhochzeit und der ist umgetextet. Richtig? Genau. Keine Idee, nicht mal anstimmen. Ich bin eigentlich ganz so jugendfrei. Fiederallala, Fiederallala. Was sind die Textzeilen? Habt ihr ja doch rausbekommen, ne? Er war tatenäckig. Das ist ein sehr, sehr komplizierter Text. Zwar deutsch, aber kompliziert. Ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Die Textzeilen kann ich nicht, da müssen sie ihn fragen. Nicht gar nur den Refrain. Klingt irgendwie abgesprochen. Ne, also, äh, ich kann die nicht. Das macht der Poller. Das müsst ihr Poller fragen, kein Spaß. Der macht den Text und wir singen nur Fiederallala. Fiederallala, Fiederallala. Wie geht der Text? Ja, du hast gut gesungen. Das ist der Refrain. Aber die Strophen bleiben, glaube ich, ein Geheimnis. Er reimt sich ja einige Sachen da selbst zusammen. Ist ja kein fester Text. Nur einige Sachen sind von ihm fest einstudiert. Und, ja, vielleicht hat er sich für Freitag, falls wir gewinnen sollten, wieder was Neues ausgedacht. Und vielleicht wird dann der Text verraten.